Diese Rollstuhl- und Rollatortasche ist in den Farben Schwarz, Rot und Blau erhältlich. Sie lässt sich mit nur ein paar Handgriffen ganz schnell und einfach befestigen. Sie bietet Ihnen großzügigen Stauraum für Ihre unterwegs getätigten Einkäufe und verfügt über eine kleine Innentasche, in der Sie Kleinigkeiten wie Ihren Schlüssel oder Geldbeutel aufbewahren können. Bestellen Sie jetzt gleich online oder lassen Sie sich von unserem Kundenservice beraten.